Guten Abend miteinander. Hier ist ja allen Eltern bestens bekannt, die Jungmannschaft vor dem Einschlafen. Ja, da braucht es jetzt schon so ein Pyjama wie das Modell von GOP, aus atmungsaktivem Material, das dann auch die Körpertemperaturen der grössten Hitzköpfe ausgleichen kann. Und wenn sie dann endlich schlafen, dann darf natürlich so etwas nicht passieren. Das GOP-Kinder-Pishama bleibt dann nach mehrmaligem Waschen hochelastisch und schützt die Kinder an der kritischen Stelle. Denn diese speziellen Abschlussborden geben immer einen guten Halt. Das Pyjama gibt es jetzt für Mädchen und Buben in verschiedenen Farben. Und zwar zu einem Preis, der für Schweizer Spitzenqualität einmalig ist. Bei dieser Kälte von Russen kann man natürlich auch etwas Wulliges verleiden. Vor allem, wenn es selbst gestrickt ist. Und bei GOP gibt es jetzt eine grosse Auswahl sorgfältig verarbeiteter Qualitätswullen zu unglaublich günstigen Friesen. Die hochmodische Arcana-Bulloverwulle ist dank einem Zusatz von Mohair besonders weich und in einer ausgiebigen und pflegeliechten Qualität. Und mit dieser angenehmen und doch sehr strapazierfähigen Arcana-Wulle kann man sich jetzt bequem auf die selber glissmete Socken machen. Die günstige Pullover und Sockenwullen kommen Sie jetzt in allen GOP-Centern und GOP-Warenhäusern über, wo das Plakat hängt. Ich habe Ihnen gerade nochmal einen Tipp, wie Sie gut durch den Winter kommen. Viele Gräbfrie essen. Und so eine Jaffa-Gräbfrie, das ist nämlich ein kleines Vitaminwunder. Sie hat auch per 100 Gramm nur 32 Kalorien oder dann 134 Gel, wenn man heute rechnet. Und dann hat sie noch viel mehr Vitamin C als z.B. einen Orangen. Und viel Mineralstoffe hat es in einer Jaffa-Gräbfrie, wie z.B. Kalium oder Eisen. Gerade bei einer Diät sind Mineralstoffe als Ergänzung besonders wichtig, damit man die Einseitigkeit der Ernährung verhindern kann. Aber jetzt Achtung! Dieses Wochenende gibt es bei GOP die Jaffa-Gräbfrie in diesen praktischen Tragsäcken zu unglaublich günstigen Preisen. Aber denken Sie daran also nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und achten Sie jetzt noch auf die aktuellen Angebote. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 400 Gramm tiefgekühlte Goldstabpomfritte statt 2,25 nur 1,75. Die verschiedenen Lola-Schocken sind jetzt besonders günstig. Die Milch- und Nusssplitter nur 75 Kappen. Und die Orange, Mandia und Boirelaine nur 95 Kappen. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 1 Liter GOP-Spieseöl statt 3,20 nur 2,80. Und Jaffa-Gräbfrie in der Tragtasche das Kilo nur 1,20. Und als aktueller Preisschlager Melitta-Filterpapier 3 für 2. 3 Packungen Melitta 102 nur 1,60. Und 3 Packungen Melitta einmal 4 nur 2,20. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.